Nun, wir haben 18.95 Uhr! Ja, eine langweilige Zeit. Aber für sie haben wir jetzt einen Power-Mix. Da hinten, komm doch! Eine Prüfung? Ah, da muss ich sagen, schau mir doch! Was war mein Gesicht? Mach's bitte weg heute, mach's weg! We will make evil buttermacher! Was? We will make... nichts. Komm, du bist ein bisschen Old Fashion, oder? Nein! Nein! Was ist denn jetzt los wie es ist? Den feelert das Coach ausgeht. Ich sehe sie gar nicht in der Kamera, doch, das ist ein Grill. Jetzt kommt der französische Röpfung, der mir erzählt hat. Da ist es nur verdrängt. Das Auto hat einen Bullen-Ludner, Bullenreifen, Bullensturz. Und da war ein Bullen-Ludner, Bullenreifen, Bullensturz. Und da war ein Bullen-Ludner. Von dem, wie war sein Name noch? James Belushi. Der Friedmann war doch das, oder? Das sieht aus wie bei Mad Max, mehr nicht? Was? Bei Mad Max 1? Ja, die Straße. Schon. Scheiße. Ja, das stimmt. Ich nehme noch ein bisschen was auf. Ja. Dieses Mann ist der sexiest Mann alive. Nein, was hat das? Das war... Das war nicht so relaxed. Mach das Ding. Ach komm ey, ich hab gedacht mit dem... Ich kann so kein... Ich kann so kein... Oh, 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 oh. Eine Klasse. Und ich hab so etwa 20-30 Schüler oder so. Das war nicht. Dann wird das gut besser. Ja, ja. Ja, das hab ich auch schon gemacht. Hast du das Knöpfchen gefunden? Ja, ab geht's. Zack, zack, zack. Was ist denn los? Wer geht rein zuerst? Ich weiß nicht. Jetzt sind wir alle zwei schon drin. Ja, das ist immer... Warum macht das schon? Ja, sind wir weiter. Ich bin gespannt, wie der Ping ist. Ja, hab ich keinen Kopf. Ah, Karkov ist scheiße eigentlich. Was? Was? Oh, 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 oh. Hey, Schobek, unser Ping. Wuh. 100. Verfickt. Und da steht der Schobek schon. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, das ist ja eine Scheißmesserschnittbahn. Ja, jetzt mal eben im Fahrzeug. Ja, hier. Stopp uns die nächste. Was? Nein, hier vorne ist das Ding hier. Aber hier ist so, ja? Hier, hier rein. Oh shit, Panzer. Was ist? Der ist ein Panzer. Wo? Da kommt er noch. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Da vorne. Oh. Ja, bist du Panzerschreck? Oh, die Krönung. Oh, die Krönung. Geil. Wer war das? Der ist einfach mal da drauf. Oh, da habe ich schon ein Pedder. Oh, scheiße. Eine Messerschmitte. Aha. Oh Gott. Der war nur Messerschmitte. Ich glaube, da fahrt er runter oder raus. Hallo, der Peter. Oh, ich habe fast ein Flugzeug runtergeholen. Ich war fucked. Jetzt wird sich dann auch Messerschmitte. Wuh. Peter versucht, sich cool zu sein. Was? Dann fess ich denn 10 Millionen Mal, ob das was passiert. Da kommt doch einer. Das ist ein komischer Typ da. Scheiße. Euch sieht man ja gar nicht beim Spielen. Hahaha. Merkt euch eins. Wir bleiben auf dem Scheiße. Aber. Na ja. So. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Der Scheiß-Ping ist cool. Ja. Der Peter ist Erster. Hahaha. Hahaha. Ich hab doch nur sechs von mir. Keine Fahrzeuge. Gib mir mal eine. Oh man kann ja einsetzen. Doch. Doch. Das ist mir schon. Uuuh. Uuh. Yeah. Schön laut. Uuuh. Ich hab doch nur sechs von mir. Schön mit der Kirche. Da bin ich dummiert. Da hab ich gerade eine. Eine Cola-Pips gelärt. Und Sampfgarten aus dem Anderen. Hahaha. Ja. Sweet is a punch. Sweet is a punch. Oh, empty cops. Was? Das ist die Kopse. Alles in mir. Oder was? Ja. Du findest es lustig aus dem Fenster rauszufilmen oder was? Ah. Yeah. Oh ja. Ja, chill. Uuuh. Uuuh. Scheiße. Ich hab mal in Popper. Ich hab das alles auf. Ich hab das alles auf. Ich hab das. 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 Dann kann ich nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Nora. Du bist halt rot. Sechser. Oh, ist es buzig. Da kann ich auch waschenbilden machen. Schaut nochmal ganz weit. Oh, nein. Oh. Oh. Oh, Herz an der Liebst. Zum Arschloch. Sehst du, das ist schön. Alle, die mich spielt, haben ein bisschen Abstand. So haben sie, oh, machen wir's ganz lieb. Komm, dann müssen wir noch mehr machen. Dann gibt's nicht mehr. Oh, bin ich traurig. Oh, guck, bin ich zufried? Nein, dann nochmals. Oh, komm. Warum machst du das immer so scheiße? Ach, oh mein Gott. Oh, das ist nett. Oh, yeah. Und wie war's? Hexer? Ja, Hexer-Kram. Wo hab ich? Du? Ja, ich. Ich muss halt mit dem Gummi. Ja, du Arsch. Oh, ist das? Ah, es geht. Jetzt komm, ich hab Bilder. Oh, das sind schöne Bilder. Die sind schön. Das sind auch Erinnerungen. Effi, jetzt... Wie so eine Band. Das ist ja. So, ich habe mich in Häuschen. Alles, ich habe mich in Häuschen. Jeder Tag war es, wenn man fühlt sich. Wenn du fühlst, dass du mehr willst, und plötzlich bist du auf dem Boden. Untertitelung des ZDF, 2020